Nicht weniger als eine gigantische Erweiterung verspricht Capcom mit Monster Hunter Rise Sunbreak. Nach drei Jagden kann ich zumindest so viel sagen. Das Potenzial für hunderte Stunden auf der Pirsch ist gegeben. Hallo zusammen, hier ist Dennis Hiller mit der neuesten Preview von Gamers Global. Bei einem Termin bei Nintendo in Frankfurt hatte ich die Chance Jagd auf zwei Monster zu machen. Den gänzlich neuen Luna Garon und den Seregios, das Flaggschiffmonster aus Monster Hunter 4 Ultimate. Beide habe ich im Meisterrang bekämpft und der hat es wirklich in sich. Dem Luna Garon sind wir im Dreispieler-Koop entgegengetreten. Der Reißzahn-Büvan hat uns mit seinem eisigen Atem durchaus auf Trab gehalten. Ihr solltet also schon mal genügend Nullbären sammeln, um der Eispest entgegenzuwirken. Auch wenn wir uns zweimal an ihm versucht haben, kann ich noch nicht wirklich viel zu seinem Moveset sagen. Im Kern hat er mich aber sowohl vom Design als auch von den Bewegungen dezent an den Tobi Kadachi erinnert. Das ist durchaus positiv gemeint, denn der Reißzahn-Büvan gehört zu meinen Lieblingsmonstern aus World. Beim Seregios werden sich die Serien-Veteranen von euch hingegen schnell wieder zurechtfinden. Auch wenn sein Moveset für Sunbreak natürlich angepasst wurde. Achtet vor allem auf seine rasiermesserscharfen Klingenschuppen, die Blutung verursachen. Mich hat er auf jeden Fall ordentlich ins Schwitzen gebracht, auch weil ich alleine war. Wobei, so ganz stimmt das nicht, denn ich hatte mit Aloh einen Anhänger im Gepäck. Die NPC-Begleiter sind neu in Sunbreak und sollen wie echte Mitspieler agieren. Im Fall meines Kumpadres mit der Gewehrlanze kann ich nach einem ersten Zusammenspiel sagen, der Typ war echt nützlich. Sah ich mich kurz vor dem Tod und stand betäubt vor dem Seregios, hat Aloh schnell ein Lebenspulver eingesetzt oder die Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Besonders in Kombination mit den Palikos und Palamutes dürften Solo-Jäger so deutlich mehr Freude mit Sunbreak als mit dem Hauptspiel haben. Zu leicht werden die speziellen Anhänger-Quests meiner Erfahrung nach aber definitiv nicht. Nach zwei K.O.s musste ich den Seregios letztlich doch fangen. Erjagen wäre zu risikoreich gewesen. Kaum etwas kann ich leider zu den neuen Wechselkünsten sagen, dafür war die Zeit einfach zu knapp. Außerdem musste ich mit fest vorgegebenen Sets spielen, was die Sache nicht gerade leichter gemacht hat. Was ich aber schon gemerkt habe, der Wechselkunsttausch geht wirklich schnell und einfach, wie von Capcom im Vornherein versprochen. Die potenziellen Möglichkeiten durch zwei Angriffssets sind schier unendlich. Beispielsweise drängt sich als Langschwertspieler die Möglichkeit, gleichzeitig mit dem Seidenbinder-Sakurahieb und dem Helmbraker auf die Jagd zu gehen, ja geradezu auf. Oder ich nutze die neue Seidenbinder-Schockwelle des Jagdhorns, um das Biest zu betäuben und setze direkt mit einem Erdrüttler hinterher. Wie gesagt, selbst an den Setup-Schrauben konnte ich aber noch nicht. Auch den Außenposten Elgardo habe ich selbst noch nicht besucht. Glaubt man dem offiziellen Videomaterial von Capcom, scheint es aber ein schickes Hubgebiet zu werden. Mit gewohnt putzig kochenden Palikos. Ein Wort noch zum neuen Gebiet, der Zitadelle. Das ist verschachtelt wie eh und je und hat mich mit seinen unterschiedlichen Zonen doch überrascht. Das namensgebende Gebäude erinnert mich nicht nur entfernt an alte Spukschlösser und wenn es zum Lunar Garon in die Eishöhle hinab geht, kann einem schon ein kalter Schauer über den Rücken laufen. Ich freue mich, das Areal bis ins kleinste Detail zu erforschen. Erlegen wir mein vorläufiges Fazit. Es ist kein Geheimnis, ich bin noch relativ frisch in der Monster Hunter Szene unterwegs. Mein Einstieg war Rise, allerdings habe ich aufgrund meiner Begeisterung für den Switch-Ableger in der Zwischenzeit auch World nachgeholt und bin entsprechend heiß auf Sunbreak. Jeder Hobbyjäger wird mir zustimmen, dass drei Jagden bei weitem nicht ausreichen, um auch nur im Ansatz zu erahnen, wie gut oder schlecht die Erweiterung wird. Aber nach meinen Auseinandersetzungen mit dem Lunar Garon und dem Seregios ist meine Vorfreude keinesfalls abgeflaut. Die Viecher ergänzen das bisherige Angebot an Monstern, meinem Eindruck nach sehr gut und sind im Meisterrang durchaus fordernd. Auch das neue Gebiet, die Zitadelle, ist vielversprechend und sah in der von mir gespielten Switch-Version wieder erstaunlich schick aus, bedenkt man die Leistung der Nintendo-Konsole. Nicht wirklich einschätzen kann ich die Güte der neuen Wechselkünste oder wie stark sich der Tausch letztlich auswirkt. Auch die NPC-Anhänger müssen sich noch beweisen. Und was ich an kleinen Feinheiten in der kurzen Zeit übersehen habe, das will ich vermutlich gar nicht wissen. Aber was ich sagen kann, die typischen Monster-Hunter-Momente sind wieder vorhanden und was ich gesehen habe, ist immens vielversprechend. Wenn wir gerade Jagd auf den Lunar Garon machen und plötzlich ein Bariot auftaucht, den wir kurzerhand reiten und uns ihn so zunutze machen, dann bockt das einfach. Und ich will auch andere Waffen als Langschwert, Jagdhorn und Morph-Axt ausprobieren. Kann jetzt bitte der 30. Juni sein? Danke. Meine vorläufige Einschätzung lautet wohl wenig überraschend, sehr gut. Diese Preview gibt es als kostenfreie Textfassung auf gamersglobal.de. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch ein Like und ein Abo da. Das Video gefallen hat, das Video gefallen hat, das Video gefallen hat. Das Video gefallen hat, das Video gefallen hat.